Das ist eine steile Klippe. Ich glaube, da kommen wir nicht mal mit dem Tierturbo rüber. Die könnte ich eigentlich gleich auch mal ausprobieren. Tobi, sieh nur. Der Maschine fehlt ein Teil. Sieht aus wie ein sternförmiges Rad. Ja, Art ärgert das ziemlich. Könnt ihr es ihm geben, wenn ihr es findet? Dann könnten wir auch die Netzbrücke wieder heben. Zieh sie hoch. Ja gut. Ist das das Armband vom ersten Teil, was wir da anhaben? Das wäre mega cool. So. Ups. Wir haben eine Kiste. Was ist das? Das sind einfach nur Punkte oder was? Rote Schatztruhe. Verschlossen. Kann man hier auch vernünftig runter gehen? Ja, Tatsache. Dann quatschen wir mal mit ihr. Bist du in Ordnung? Oder ihm? Ich schon. Aber der Krebs, der kostbare goldene Krebs ist... Schnell, wir müssen das Feuer löschen. Okay, Wasser kriegen wir aus dem Pumpenhahn. Aber wie kriegen wir es hierher? Was für ein Pumpenhahn? Mach das Schild nicht kaputt. Da steht drauf, wie man das Wasser rausbekommt und so. Und so. Hier ist doch Wasser. Ah, ist das das... Ist das das von dem der geredet hat? Ah, ne das hier ist der. Was sind das hier für Dinger? Oder kann man da... Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist das ein Fisch? Vogelnässt. Ah, da gehört bestimmt das Ei hin, was wir... ... vorne gesehen haben im Vordergrund. Wo ist der Fisch hin? Der ist weg. Na gut. Aber da ist ja das Ei. Und das kommt ja höchstwahrscheinlich dahin. Und da vorne war... Ups. Ach, toll. Ich komme nicht... Ah, guck mal, das Sternfamilien Rad. Und da haben wir jetzt auch unsere Energie wiederbekommen. Und das ist wahrscheinlich das Schild. Dreh die Kurbel, um das Netz zu heben. Das ist aber nicht... Ups. Ah, okay. Uiuiuiui. Uiuiui. Warte mal. Also die Musik ist hier dezent merkwürdig. Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? Ah. Ne, warte, 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 andere Richtung. Los! Okay, ich habe jetzt Wasser. Rettet den Krebs. Ähm. Ich möchte eigentlich ganz gerne da oben an den... Ah, okay. Man muss dann einfach nur nach oben drücken. So. Prima! Ein Eimer! Mach schnell! Beeil dich mit dem Wassereimer! Um blaue Gegenstände wie den Wassereimer zu benutzen, wähle Benutzen im Gegenstände Menü des Abenteuertagebuchs. Du kannst ihn entweder benutzen oder weitergeben. Ähm. Hey, aber langsam! Versuchst du das Feuer zu löschen? Lass das mal jemand Großes machen! Jetzt kann er selbst der Hura, ist klar. Ja, wie gesagt, man hätte auch einfach das Wasser von nach unten nehmen können. Na gut. Nimm das! Oh, oh, das reicht nicht! Ganz schwanz. Wir brauchen noch einen Eimer Wasser. Okay. Lass ihn dann drüben! Diese komischen Vögel, die kommen mir irgendwie komisch vor. Okay. Nein! Nein! Oh Gott! Wasser Eimer. So. Schnell! 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 Au! Hi! 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 Du brauchst ne Abkühlung! Tsch! Jetzt ist es aus. Oh nein, es fängt schon wieder an. Oder? Gut gemacht, Hombie! Es ist aus! Rette den Krebs! Fertig! Ha, 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 ha! Na, zum Glück ist der Krebs gerettet! Einen Moment habe ich mir Sorgen gemacht. Wie heißt ihr? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ich heiße Zippo und das ist mein Freund Tombi. Wir sind eigentlich auf der Suche nach der Bergwerksstadt. Die Bergwerksstadt. Und vom Windmühlenschuppen aus müsstet ihr sie finden können. Überquert einfach die Netzbrücke im nächsten Tal. Dann seht ihr den großen Wasserfall. Der Himmel! Wins Windmühlenschuppen liegt dahinter. Wie? Er ist der beste Bootsbauer hier. Außerdem passt er auf den Windmühlenschuppen auf. Ach, übrigens, wenn ihr sowieso zu Wins Windmühlenschuppen geht, könntet ihr ihm den geretteten Krebs geben. Es ist ein goldener Krebs. Windmühlschuppen braucht ihn für irgendwas. Wenn ihr ihn mitbringt, hilft euch Wind bestimmt. Okay, danke alter Mann. Oh, ich heiße Kain. Ich war auch gerade auf Reisen. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ach so. Hier habt ihr den Eimer zurück. Ihr könnt ihn vielleicht noch mal gebrauchen. Nicht nur für Wasser. Ich weiß nicht warum, aber mir fällt gerade Honig ein. Warum auch immer. Hey Tommy, wenn du den Eimer benutzen willst, werde benutzen im Gegenstände Menü. Wegpacken kannst du ihn genauso. Okay. Hm. Ich hab gerade noch meinen Smoothie leer getrunken. So. Dann wollen wir mal gucken, wie wir in den Vordergrund kommen. Wieso? Hm. Warum ist das jetzt da drin? Wieso? Warum ist das jetzt da drin? Okay, das hat nicht gepasst. Ach ficken, ey. Aber das könnten wir nicht gebrauchen. Ah, da ist noch eins. Moment. Vielleicht war das das falsche Ei. Oh. Ach, das ist auch eine. Ach so. Und jetzt? Ah. Ah. Komm mal her, du. Hm. Glück erhalten. So. Ich glaub, die Musik ist ja einfach kaputt. Dann gehen wir nochmal hier in die andere Richtung. Wahrscheinlich nervt uns deswegen auch der Vogel, oder? Was? So. Fertig. Wo kommt dieser Fisch her, Alter? Ah. Gut, dann hätten wir das auch schon gemacht. Hm. Haben wir denn hier alles? Also, abgesehen von dem ganzen Kram, der hier noch in der Luft rumschwirrt. Okay, den einen haben wir. Das hört sich an wie ne, äh, wie ne Shisha. Moment. Da komm ich so dran. Moment. Dann tun wir die Wippe einmal nochmal nach unten. Der Hahn ist kaputt. Okay. Seltener Fisch erhalten. Was mach ich jetzt mit dem Ding? So. Haben wir das auch erledigt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier... Das ist ja... Das ist ja, was ich hier... Ich weiß nicht.